Hallo zusammen, wir sind wieder zurück und haben eine neue Folge von unserem letzten Adventure. Wir haben die erste Etappe geschafft mit Dreck, jetzt kommt die aus Stein. Echt? Nein. Nein. Ja, legen wir gerade los. Ja, ok. Oh, das war cool. Ich springe fast vom eigenen Block runter. Aber... Ok, 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 ok. Scheisse. Ja, schafft. Ich hab schon auch gegangen. Ähm, warte. Gami-Mode... Null. Ok. Scheisse! Oh man, ich bin echt zu schlecht. Du schaffst das immer vom ersten Mal. Ok, nicht immer. Oh nein! Oh egal. Sollte ich dich teleportieren? Da wird der Jens wieder in Meckham. Der Jit ist voll. Ich lebe! Oder nein, warte. Oder nein, warte. Nein, ich lebe nicht. Warte, geht auch. Der Jit ist voll laut. Ok, warte schnell. T-B... Ja, T-Tab. So. Tabulator. Tabulator. Äh, schön. Ja. Jetzt wird noch so ein schöner Sonnenuntergang. Äh, wo müssen wir lang? Eigentlich. Ah, da. Ok. Da, geschau. Ficken. Nein. Ah, ok. Du siehst so verschwert aus. Ja, ok. Gute Nacht. Gute Nacht, heisst das. Ok, jetzt fang ich an. Ok, sorry. Ich stirb sowieso. Oh nein, voll! Mega krass. Alter, wieso bist du so gut? Du bist so gut, du bist so gut, stirb. Ha! Oh Mann! W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. Äh, ok, ich versuch's mal. Äh, tja. Äh, tja. Äh, tja. Äh, wohin jetzt? Da oder her? Äh, es hat bei mir geleckt. Nö, ich konnte nicht springen deswegen. Von PC. Und jetzt, das Statue ist voll laut, Alter. Ok. Rausch ist jetzt bei mir. Nicht, oder? Nein, nicht so stark. Es sind nur ganz, ganz, ganz wenig, aber... Ja, das macht nichts. Es fängt immer bei mir so an, dann wird's immer stärker. Irgendwie. Wie machst du das mit dem Tabulator und dann? Also du musst, guck mal, du musst tp, dann Abstand, dann ähm, äh, zum Beispiel wenn du mich zu dir teleportieren willst, dann musst du äh, r eingeben, also einfach nur r und dann Tabulator drücken, dann Abstand, dann äh, t, dann Tabulator, dann kommen sofort die Namen. Also, das erkennt er automatisch, also... Weil bei Mac... Ich weiss nicht, ob das bei Mac geht, aber... Bei Windows schon. Nein, funktioniert nicht. Opfer! Okay, also. Okay. Time. Oder machst du das gerade? Ja. So. Gute Nacht. Gute Nacht. Wir schlafen nebeneinander. Oh Gott. Wie konnte ich nur so besoffen sein? Nein. So, jetzt hasst du. G siitä! Okay. Es hat wieder geleckt. Okay. Ich warte erst mal, bis sich die Welt aufstehe. Popcorn! Was schon wieder? Nein, nur ganz kurz so. Nein, es ist innen nach wie ein Pissoir tönt. Pissoir? Ja, wenn einen reinbrünseln. Äh, okay. Scheisse. Fuck. Warte beim ersten. Bitte nicht legen, bitte nicht legen. Legen. Nein, es hat geleckt. Wow, bei mir auch. Lego. Lego, genau. Lego, Lego. Okay, das... Steh doch, Schei! Du hast bei dir geruckelt gerade, oder? Ja, bei mir. Ich kann nicht rennen, Mann. Nein! Okay, es leckt irgendwie. Ja. Nein, 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 nein. Adolf Hitler. Okay. Hilfe. Hilfe. Nein! Ich bin nicht gerannt. Alter, es leckt so stark. Du bist gerade bei mir im Stein drin. Also, deine Beine sind im Stein. Also, halb im Stein. Nein. Du hast mich geschubst. Sorry, ich bin gespannt, ich habe nichts dafür. Doch. Ist aber richtig geschubst, oder? Nein. Nein, ich bin... Halb bin nicht gerannt. Mhm. Üppe! Üppe! Nein! Ah! Alter, ich bin wieder nicht gerannt. Was soll der Shit? Das kann dann im Fall mit der Zeit recht aufregen. Okay. Ja. Also Leute, die... Ähm... Diese Folgen jetzt überhaupt angucken. Hoffe ich doch mal schwer. Ähm... Oh! Nein! Oh man! Ähm... Nein! Schwein! Nein! Es tut leid, dass es so ein bisschen langweilig ist. Gerade. Aber... Ja, bei der Sandstone kommt uns das nächste Interessante. Dann ist es etwas anderes als... ...nummer unten. Hoffe ich. Echt? Ja, es hat einfach so einen grossen Raum. Aha. Oh! Ich bin... Ich bin noch nicht so weit gekommen. Schade, dass es so keine zwischendrin so Checkpots... Äh... Checkpoints gibt. Checkpots. Hallo. Hoi. Okay. Nein! Ja. Okay. Okay. Nein! Oh nein! Oh nein! Ich bin nachher gerade noch mal eins weiter. Ich habe es geschafft. Aber ich bin nachher noch mal eins... Ja, ja. Ich habe es gesehen. Nein! Es ist noch mal! Es ist noch mal! Oh oh! Es leckt brutal. Ja, ja. Ja, ja. Er wird baut dich auf. Langsam. Junk... Junk für Junk. Junk für Junk. Junk für Junk. Nein. Jackie Chan für Jackie Chan. Junkies für Junkies. Junk... Junkies. Saving Junkies. Timo, wollen wir jetzt 2 Folgen draus machen und dann durch alle auseinanderdingeln? Jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit. Ja, ich mache einfach so einen Aufnahmestopp. Also einen schnellen Stopp und wieder neu, weil es geht 1 Sekunde. Ich weiss nicht, wie wir mit einem Quicktimeplayer... Ich könnte es schon schneiden, aber es ist mir zu blöd. Es geht viel schnell. Man sieht auch alles ins L-Movie und dann... Alter! Warte! Ich versuche jetzt wieder den Ich-Lebe-Effekt zu wiederholen. Das geht nicht. Nein, wir sind wahrscheinlich zu hoch. Ja. Alter! Bei mir kommt jetzt der Original Soundtrack von Minecraft. Ich versuche jetzt den Faktor. Ich versuche jetzt den Faktor. Ich versuche jetzt den Faktor. Warum? BAM. Und 2. Scheiße. Nein. Halleluja. 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 Mir hat jetzt 2 so... Wir haben zwei so schnell geschafft und jetzt haben wir an dem so huren lang. Die Musik ist furchtbar laut bei mir. Schwein! Ich muss aber versuchen so ein Schwein zu quatschen, wenn du aber kommst. Ich mag mal den Dings ein bisschen... Ach du Kacke. Das sieht so geil aus. Das Sichtfeld ändern, aber es ist echt ungewöhnlich. Nein, ich lernte bei dem Sprung hier! Meinst du das Wov? Das ist Schicksalbruder. Meinst du das Fov? Sichtfeld da. Fov. Ja. Huiui! Mach immer 80. Normalerweise. Damit sieht man ein bisschen mehr. Okay. Vorgross. Huren auf Drogen. Nein. Woher weisst du das? Hast du schon mal geraucht? Ja, ich rauche immer Katzen. Nein. Achso, ja. Stimmt. 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 Richtig, richtig, richtig. Huiiii! Hast du das geschafft, mich zu überholen? Ich bin, glaube ich, ganz kurz vor dir auf dem Block gelandet. Echt? Warum schaffe ich das? Schaffen wir das beide irgendwie nicht. Warte mal, ich schalte bei mir die Minecraft Musik aus. Schalte meine Musik ein. Okay. Okay. Dann wird er noch heißer. Okay. Dokumente. DVD-Laufwerk. Silver-Side-Up. Nein. Ich meine, ähm... Alles auswählen. Wiedergabe. Mach mal. Ach, guck, guck. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der blöde Sprung, ey. Wirklich, der blöde Sprung. Oh, das war ein bisschen zu laut. Okay. Ah, sorry. Es ist zumindest nicht zu langweilig. Äh, Zyboros, was ist das? Ich habe ein Schwein gesucht. Aha. Oh, die Musik ist furchtbar laut. Ja, bei mir gehört man sie fast nicht. Hörst du die, die ich höre gerade? Ganz, ganz fleißig, im Hintergrund. So. Geil. Ja, dann mache ich sie lauter. Warte schnell. Oh. Das wäre dann einfach eine scheisse Qualität, glaube ich. Wir können auch einfach... Ich kann nachher auch noch Musik rein tun. Von iTunes. Scheiss. Okay. 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 Ich habe die perfekte Balance gefunden. Okay. Hast du schon mal Quake gespielt? Nein. Oh, warte. Entschuldigung, ich halte dich gerade auf. Oh. 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 Es hat gelegt. Oh. 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 Ich werde das ein bisschen überspringen. Nein, das schaffen wir. Nicht. Sonst fange ich an zu treten und dann funktioniert es schon. Wie cheaten? Also ich cheater im Moment. Ja. Nein, voll nicht. Ich hab einfach X-Ray, aber das bringt ja bei dem nix. Warte. Ja, vielleicht ein bisschen, weißt du, zum Dingern. Die zu Geheimwerk, wo du nachher entdeckst mit dem. Nein, der zum Ausleuchten, weißt du. Aha. So, so als Fackelersatz. Fuck, den Sprung, den schaffe ich nie. Ah ok, merci. Sehr, sehr. Bye. Ok, es wird mir zu blöd. Nein. Sehr gut. Vielleicht kann man da nicht eigentlich... Nein, das ist zu weit. Du bist im Stein, innen. Ja. Ja, das warst du vorher auch. Jetzt hast du dich teleportiert. Das ist ein Bug. Jetzt bist du wieder im Stein und ich bin wieder am Augeot. äääähähähähähähähähähääh.. YouT think, ah. Synchroon?! Entschuldigung, jetzt ist es wieder ganz synchron. Ja, das war wunderbar. Genau, jetzt ist das erste Lied fertig. Oh yeah! Sagen wir es very britisch. So, jetzt, 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 jetzt. Tadaaa! And some say... Why a balloon... Ah, jetzt schla ich bald meine Fenster kaputt, wenn es so weitergeht. Wie genau, ich weiss jetzt mal. Ich schla die Fenster kaputt. Zerschnittkabel von meinem iMac. Mit dem iMac, rühren ab dem Balkon, gehe runter, verbrennte Überresten. Und den Rest ver... Okay. Ja, ja. Mach das. Ein bisschen zu einer Abkürzung. Warum schafft man das nicht? Jaaa! Ich bin doch genau am Rand abgesprungen, in vollem Rand. Aber man schafft es einfach nicht. Unentschieden schafft man es nicht. Das ist ein Sprung, der möglich ist. Das sind drei Abstände und einer Ufer. Das ist der zweitschwierigste Sprung. Ja, ja, aber... Quirin Özge ist online. Nein! Skype. Ja, ich weiss. Wow, das... Du musst dich jetzt grad sehen. Du bist grad... Diese Schleichfunktion bei Minecraft. Ja. Ist ja voll logisch einfach, oder? Ja. Weil man steht dann im Luftblock, wenn man so... Ja, ich weiss. Guck mal da. Ui! Waha! Nein! Heeeey! Yo! Okay, das Licht bleibt blemst blemst blemst. Nein! Nicht der Tangler! Ah! Fuck! Ich komme praktisch immer bis zu dem Block und dann fliege ich an. Aha. Curb. Nein, das ist fast nicht. Das ist fast nicht. Oh! Okay. Ergine. Ja. Ein bisschen besser. So, jetzt wieder bei diesem Block. Und das werde ich wieder nicht schaffen. Tada! Alter! Eti, Bruder. Hm? Wo können wir uns den Block ein bisschen entscheiden? Damit es doch nicht so langweilig wird. Schutzauer. Okay. Der 1-Block. Der 1-Sprung meine ich. Ich habe es zwar schon geschafft, aber... ...einig. Also, das zeigt, dass es nicht möglich ist. Ja, das ist möglich, aber es ist langweilig für die Zuschauer. Ja, ja, wir können schon. Aber der 1-Sprung würde sich dann ärgern, weisst? Nein! Ja, 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 ja! Ja! Er ist jetzt? Nein. Geschafft, ja! Ja? Ja? Komm, Tibor! Gib nicht auf! Da, 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 da! Warte, ist das machbar? Du bückst dich die ganze Zeit. Was? Ist das machbar, der Sprung da? Ja! Oh, ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, Tibor! Ja! Nein. Ja! Geschafft! Okay, ich bote mich! Warte! Ich schaff es nicht. Okay! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wo bin ich? Hä? 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 Alte? Wo bist du? Du hast mich zu dir teleportiert. Nein! Okay, das war diesmal nicht absichtlich. Ohne Scheiss. Ja, ja. Aber jetzt müssen wir über Cheaten. Sorry. Ja, jetzt müssen wir es eigentlich. Wie hast du es geschafft? Du hast es ja eigentlich geschafft. Oh, das Lied ist so scheisse. Nein. Nein. Nö. Ja, besser. Okay. Okay, jetzt nichts Falsches machen. Ja. Okay. Oh! Nein. Du bist gut. Du bist gut. Mist. Du bist gut. Was geht los? In unbekannte Länder. Aber die Musik passt voll nicht dazu. Aber ich find's schön. Hüpp, äh. Portal. Was ist da? Was ist da? Was ist da? Ja. 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 Okay, der Text passt, aber nicht die Melodie irgendwie. Okay, ich glaube, so schafft man es nicht. Es bleibt. Das ist wieder genau gleich Sprung wie vorher. Ja, aber beim ersten Mal habe ich es geschafft. Ich habe es doch durchs Portal geschafft. Aber jetzt nicht zu blöd dazu einfach. Warte. Okay. Du bist genau auf mir gelandet. Oh, sorry. Nein, ich bin gerannt und gerumpelt. Beides nicht. Ich habe dich eigentlich geschubst. Aus Versehen. Ja eben, ich bin gerannt und gerumpelt. Meine Hunger-Anzeige, die in dem Texture Pack ist, ist voll goldig. Weisst du, wie ist das? Weisst du? Die ist goldig, ja. Nein, ich meine, die ist wie so weiße Praliden. So, Trüffel. Sieht voll geil aus. Ist... No, man. Ja. Ich mache immer den Bleich. Gleich fehlen. Den Bleich fehlen. Den Blick. Geh da. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Warum geht es nicht? So. Geschafft. Ja. Du bist jetzt im Block wieder. Oh, 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 oh. Oh, oh. Kann man da nicht... Fuck. Nein, ich könnte da nicht abgehen. Ja. Nein, ja. Ja, Stichwort. Ja, das Lied ist auch ein bisschen nervig. Ja, hast du auch wieder geschafft. Nein, ja. Oh, was ist das? Was ist das? Left. Okay. Turn to the left. Turn to the right. Turn to the right. Turn to the geradeaus. Ah. Oh, das ist schon voll geil irgendwie. Okay. Wiii. Oh nein! Ich war fast drüben. Ich bin soweit. Oh, BAM. Nur eine Arschbombe. Kann ich nicht weh tun. Äh, ist ja nicht schien. Ein Köpfler von da oben. Ja. Ja. Nein. Schau, dass man den eigentlich auch nicht im Flug bewegen kann. Weißt du, Ikul? Dann könntest du Köpfchen machen. Hm. Ich weiß nicht. Nein, ja. Ich bin zu weit hinten mit dem Shift. Ich auch. Ja. Nein, jetzt steht dran. Fuck! Warte mal. Sehr schön. Ich glaube, er hat gerade sein Mikrofon irgendwie. Ah, fuck, 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 fuck. Ich gehöre dich fast nicht mehr. Man gehört dich nicht. Man gehört dich nicht. Näää. Näää. Hm. Ich hab'n Schiffdruck. Timur, gehörst du mich? Timur, gehörst du mich? Timur, gehörst du mich? Ich hab'n Schiffdruck. Ok, er gehört mich doch. Ja, aber du mich nicht. Komisch. Ein Fall für ein Galilio-Mystery. Mysterie. Ah, du kommst wieder langsam, 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 hört man dich wieder ein bisschen. Also ich habe dich ganz, ganz kurz gehört, ganz, ganz kurz. Bier und Pizza. Ja. Ja. Ich bin mega weit. Er gehört mich ja, ich muss nicht schreiben. Der fuck Alter, der will doch nicht, dass wir nachher dort hochkommen. Mio Pizzeria all! Ah, fuck. Ich röge mich nicht, was das gerade für ein Ausdruck vorne war. Ich weiss. Es ist langsam. Blöd! Nein, weiss. So, jetzt ganz hinten. Nein, nicht ganz hinten. So. Und dann ein bisschen ran. Und dann... Boah! Ja. Oh, the fuck. Ja stimmt. Wir nehmen jetzt schon 28 Minuten auf. Ähm, ja. Ähm, ähm, total vergessen. Ja, dann mache ich mal eine Pause. Und bis zum nächsten Mal. Mhm.